Sieben, Unterstatt 14! Sieben, Unterstatt 14! Jetzt müssen wir uns nicht selber bekehren, ich möchte ein paar Gedanken formulieren. Ich bin im Deutschen Bundestag für die Wirtschaftspolitik zuständig und bin auch viel in konservativen Kreisen unterwegs. Und ich glaube, um das Thema Legalisierung nach vorne zu bringen, müssen wir uns auch einig sein, dass es uns gelingen muss. Ich habe vorhin auch mit dem Herrn darüber gesprochen, innerhalb des konservativen Lagers Leute zu überzeugen, dass sie das, was sie tun, nämlich entweder kippen statt kotzen oder einfach vor die Liberalisierung befürworten, dass sie das auch aussprechen. Und solche Bündnisse wird es in den nächsten Jahren geben müssen, weil dann kommt erst dieser Schritt, der nicht mehr weit weg ist. Die gesellschaftliche Stimmung, die kippt. Auf der ganzen Welt gibt es Legalisierungserfolge von Portugal, die Schweiz, Holland, die USA. Die Hälfte der Bundesstaaten geht voran. Und auch in Deutschland gibt es Bewegungen. Schaut euch die Medienberichte an. Wir in der Grünen-Bundestagsfraktion arbeiten gerade an Folgenden. Das erkläre ich euch jetzt mal. Es wird vor wenigen Monaten den ersten umfassenden Legalisierungsgesetzesentwurf geben, der nicht nur sagt, wir wollen Cannabis legalisieren, sondern der sagt, wir wollen in allen Bereichen Regelungen treffen, wie die Abgabe stattfinden kann, wie wir die gesundheitliche Aufklärung vorantreiben, wie wir übrigens auch Cannabis besteuern werden, wenn es dann legal ist. Und wisst ihr, was das für Einnahmen sein können? Wir haben das ausgerechnet. Zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Damit könnte man ja was anfangen in unserer Republik. Was investieren in soziale Infrastruktur, in Bildung, in was weiß ich. Aber man kann was anfangen. Das ist ein ökonomischer Vorteil. Hubschnauber von mir aus auch, wenn man sie gebrauchen kann, aber wir haben schon ein paar. Aber vor allem, vor allem kommt es mir darauf an zu sagen, diese verdammten scheiß Schwarzmärkte zu zerstören, die wir da haben. Diesen ganzen Summ zu zerstören und diese Lüge, dass Cannabis die Eingangsdroge ist, umzukehren und zu sagen, wenn wir die Schwarzmärkte zerstören, dann fällt jetzt sogar gerade für junge Menschen weg zu den sogenannten harten Drogen. Jetzt sage ich euch aber auch noch was zu den harten Drogen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass es ein Gegensatz sein muss, dass man jetzt kifft und dann vielleicht noch auf die Wiesen geht. Also ich bin jetzt kein großer Wiesenanhänger, war noch kein einziges Mal bisher als Münster. Aber ich sage euch, wer Spaß hat, soll Spaß haben. Und am besten auch in Maßen auf das Zwist hier. Es geht nicht darum, sich die Birne wegzuhauen. Aber was da stattfindet, das darf man ja auch mal so benennen und ich habe das die Woche auch mal öffentlich so getan, das ist die größte offene Drogenszene der Welt. Wie ist das? Und es gibt genügend Politiker, insbesondere von der Partei mit den großen CSU, die mit der Mars Bia im Bierzelt sich hinstellen und moralische Reden halten. Und das muss ein Ende haben, dass wir hier die größte offene Drogenszene der Welt haben, die wir nicht verbieten wollen. Die Leute sollen sich antun, was sie wollen. Die sind mündig, die können das. Aber diese Verlogenheit, dass ich das dann hier glorifiziere und den Nordfranken bei 0,01 Gramm. Eine Hochgegnadette, die muss ein Ende haben. Und das muss ein Konservativer verstehen, dass das nicht mehr gerecht ist. Also da müssen wir ansetzen. Und wir werden uns jetzt in der parlamentarischen Arbeit einfach mal mit einem umfassenden Gesetzesentwurf, der alle Bereiche regelt. Und ich glaube, wir haben noch die 80 Seiten zusammen in die Debatte schmeißen, dass wir den sachlichen Ansatz, da kommen wir an die Leute ran. Es tut sich was in der Öffentlichkeit, es tut sich auch was in den Medien, auch in den Köpfen. Vielen geht es nicht mehr im Kopf rum, warum man sowas kriminalisieren muss und ansonsten die moralische Beule schwingt. Und da bitte ich euch einfach Druck zu machen, auf uns Grünfeuer unterm Arsch zu machen. Auch wir haben schon manches versprochen, was wir nicht eingehalten haben. Das weiß ich sehr wohl. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich glaube, die Zeitwende, die ist nicht mehr weit weg. Und jetzt müssen wir einfach mit allen breites Bündnis schließen, dass was vorangeht, was endlich bis zum Ende hat. Und dass es dann von mir aus nicht nur heißt, Kippen statt Fortschritt, sondern einfach eine bündige Gesellschaft, die ein Recht auf Rausch hat, die damit weiß, umzugehen und keine Stigmatisierung mehr von Einzelnen aus ideologischen Gründen heraus. Ich danke euch, wünsche euch ein schönes Fest und ich freue mich, euch dabei sein zu können. Vielen Dank. Ich danke euch, wünsche euch ein schönes Best Ja gerne mit einem Griff. Bededungsgerät